Ich heiße Saad Ali und bin im ersten Lehrjahr seit vier Jahren in der Schweiz. Ich zeige euch meinen Alltag. Ich bin Sven Scherer, ich bin ausgelernter Metallbauer und ich bin der Lehrmeister von Ali. Hier sehen wir meinen Lernenden und mich am Start einer Basketballanlage für eine Turnhalle. Wir als Metallbauer sind für die groben Sachen zuständig. Dass du den Beruf lernen kannst, musst du handwerklich begabt sein und Freude an Robustermaterial haben. Oft brauchen wir bei unserer Arbeit auch den Krame. So und jetzt ist unser Gerüst der Basketballanlage fertig und jetzt geht es gleich weiter in die Malerei. Also wenn dir unser Beruf gefallen hat, dann bewirb dich doch als Metallbauer bei uns. Überrasch. Beigtürvые. Überrasch. Ihren D told. Bis zum nächsten Mal.